Ja, herzlich willkommen hier bei dem Bayreuther Chrom-Festspiel des Automobilclub Bayreuth. Ich bin Klaus Herrold, ich bin der Vorstand des Vereins und jetzt zum vierten Mal trifft sich hier Chrom und blitzender Lack bei bestem Wetter und bester Verpflegung. Der Platz füllt sich. Wir werden immer etablierter in nah und fern, besuchen uns ganz viele Automobil-Enthusiasten und ich darf ganz herzlich einladen, wir sind heute bis 16 Uhr noch am Platz. Verpflegung, Getränke, alles ist da und wer Benzinluft schnuppern möchte, und Gespräche führen zum Thema Oldtimer, zum Thema Motorsport, der ist herzlich eingeladen hier bei der ADAC Wartenstadt-Historik bei unserem Oldtimer-Treffen. Für alle Fahrzeuge bis 30 Jahre. Zuschauer natürlich auch herzlich willkommen.